Der letzte Start der Zürcher Richtung Werner Tor in der regulären Spielzeit. Am Bühn. Und wo ist die Scheibe? Irgendwo bei Bühn. Und drin! Das gibt's ja gar nicht! Das gibt's nicht! Zweieinhalb Sekunden vor! Hey Jungs, Titel ist Vergangenheit. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Unruh! Machi! 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 Das war's für heute. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja.